Musik 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 Orso feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Gestehen und wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Gäste am nächsten Sonntag, das ist der 20. Oktober, um 11 Uhr oder um 19 Uhr im Konzerthaus grüßen könnten. Wir wollen ein Familienkonzert veranstalten mit viel faszinierender Musik und beginnen mit Benjamin Britten, Young Person's Guide to the Orchestra, das das Orchester vorstellt. Und dann folgt von Preston das Konzert für Marimba Fon und Orchester mit dem auch noch jugendlichen Solisten Holger Röse, der Preisträger in Jugendmusiziert in diesem Jahr 2013 war. Musik 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 Als Abschluss des Familienkonzertes gibt es ein ganz besonders liebenswertes Werk von Pokofjev, die Symphonie Klassik. Musik Am Abend werden wir das Programm ergänzen, da ist es länger und speziell für Erwachsene gedacht. Und da wird der Abschluss sein von Sibelius, die zweite Symphonie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020